Es ist ein Paradies für Kriminelle hier. Es gibt nicht viele Kontrollen. Die überprüfen nicht gut, wo du hingehst, wo du herkommst, was du machst. Und wenn du eine Straftat begehst, bekommt jeder immer eine neue Chance. Und noch eine Sache, wenn du irgendwo gemeldet bist, kommst du nicht ins Gefängnis. Die sagen, geh nach Hause. Wir schicken dir einen Brief, wann du kommen sollst, damit wir dich verurteilen können. Das ist wirklich lustig.